Blutrock 90 zu 50, Puls unregelmäßig, Atemfrequenz 70. Wir müssen auch venöse Stauben untersuchen. Ich befürchte, dass ich schwere innere Verletzungen habe. Wir müssen röntgen. Nein, nein, bringt den OP 2. Wir haben keine Zeit. Jesse. Steve, wir werden unser Bestes tun. Sie müssen hier helfen. Sie müssen hier in der Halle bleiben. Dr. Alex Martin, Sie sind in die Notaufnahme. Dr. Alex Martin, Sie sind in die Notaufnahme. Was haben wir? 26 Jahre alte Frau, Name Joyce de Parma. Offenbar zwei Schuss wurden rechter Thorax. Atemfrequenz 58 und Flach. Blutrock 80 zu 50. Die Luftröhre ist verengt. Wir haben eine Spannungspneumonie. Thorax-Szenage vorbereiten, Verletzungsliste und ein... Bei dem hohen Blutverlust ist es ein Wunder, dass sie überhaupt so lange am Leben geblieben ist. Die Frau, die Sie eingelegten hat... Sie sagte, ein Wagen habe sich neben Sie geschoben. Die Scheiben waren getönt. Sie hat nicht auf ihn geachtet. Erst als Ihre Freundin angeschossen und der Schütze abgehauen war. Oh, danke. Haben Sie Ihren Anruf gemacht, Alex? Ja.